Ja, hallo erstmal und bitte herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Kehner und wir haben das in der letzten Folge doch noch zum Glück hier gefunden, wo wir was machen können. Mach mal sauber, mach mal sauber. Sonst hätten wir hier dumm rumgestanden. Äh, schafft ihr das noch? Ne. Komm mal her, meine Fluss, ich glaube noch. Geiste. Komm, naja. Komm, 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 komm. Haha, wir können auch mal eben hier angreifen. Noch Fragen, Jungs? Okay, so. Das ist noch der hier. Äh, du auch hier? Du, hier und nicht in Hollywood? Oh, der Blubberzeug. Heitet sich aus. Äh, du. Oh, ich wollte dich haben. Ähm, so schnell kann das gehen. Ach hier, Früchte. Von Wollte die Fressen. So, mach erstmal hier. Oh, ich start. Die wollen das hier nicht, komischerweise. Na ja gut, vielleicht später, wenn die alles frei gemacht haben. So, das ist ein Geh nicht kaputt. Oh, genau das ist das Ding. Das ist ein Geh nicht kaputt. Das ist ein Geh. Gut. Ach, alles sauber. So. Da haben wir noch was zum zerstören. Moment. So, können die jetzt hier schnablieren? Die wollen nicht. Warum nicht? Ich hab doch schon aktiviert, ne oder? Ach jetzt, okay. Aber vorhin hat das nicht gemacht. Oh, da. Da ist noch was. Und schon haben wir den nächsten. So. Man, ich kann uns jetzt schon verraten, es gibt 65 Rotz. Oder 100 sogar. Weil ich hatte 65 schon bei Twitch. Aber ob das im Endeffekt mehr bringt. Okay. So. Jeder. Dö, 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 dö. Tü-tü-tü. Gut, hier werden wir jetzt auch hochkommen. Aber... Moment. Oh, 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 oh. Okay, da ist einer. Dann kommen wir auch wieder hier rum. Hier rum, da rum, Löffelstür. Und hab ja noch mitgekriegt, wenn man da an dieser Blue geht. Mit ihmchen hier, da kann ich mich wieder auffüllen. Moment. Bup. Ist mir vorhin so aufgefallen. Aber die brauchen nicht lang, ne? Da auch nicht. Gut, man sollte vielleicht vorher gucken, ne? Wo man lang will. Ne, von dir sind wir ja willkommen. Ha, ha, ha. Terra, du bist echt die Blitzbirne hier. Genau. Hier sind wir kommen. Hier ist ja nix mehr. Hm. Können es aber nochmal hier auffüllen. Zack. So. So. Können wir nochmal rein. Können wir nochmal rum. Aber hier, in der Richtung war nix, ne? Ne. Aber hier noch was? Ne. Mit ihm so umherlaufen ist anstrengend. Für mich. So. Na gut. Da geht's wieder runter. Und da... Da sind wir hergekommen. Ha, ha, ha. So, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch mit ihm. Na gut. Okay. Hier war die Höhle. Da sind wir. Ach, da unten runter. Genau. Sieht zumindest so aus. Vielleicht müssen wir von hier aus so dahin. Ehm. Warte mal. Kurz mal Upgrades gucken. Können wir den schon? Drücke X, wenn der Bogenspanns um ein. Rottpfeil, genau. Dann haben wir irgendwie mit 5 Pfeilen. Die gibt's ja auch noch. Hier, 5 Pfeile. 6 Pfeile. Okay. Aber wir machen das. So. Man hätt sich so viel sparen können. Ne. Hier die ganze... Na die... Die Sache so. Na denn. Äh. War klapp. War klapp. Uua. Uua. Okay. Okay. Hör dir, seid ihr bereit? Hör dir, seid ihr bereit? Okay. Ist hier noch was? Hör dir, seid ihr bereit? Nein, nein. Ich rote sie mir gleich wieder runter. Weil hier runter rutschen, dann werden wir auf alle Fälle immer bing, bing, überall gegen, wo es entgegenfallen soll. Okay. Kein Geist? Das wundert mich gerade hier so ein bisschen. Hier hat es nicht. Oh ja. Oh, jetzt geht aber hier ab. Gleich. Wie kommen der Sache näher hier? Hm? Gut. Oh, der... Der Krollschwinger wieder. Hallo? Guck mal, was der abzieht. Wenn die genug in der Nähe stehen, kriegen die Aufwand ab. Ah, ich habe gesehen. Ich habe etwas Zeit gesehen. Oh ja. Oh ja descob outra. Oh ja... Ah, noch ein, komm! So! Auch wieder bisschen... Oder laufen, ne? Ich auch. So, äh... Autsch! Du hast mir gerade wehgetan. Kriegen alle was ab. Das ist schön. So! Aua, 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 aua! Wo mein Capger wieder voll. So, hier! Uuuh! Dann kriegt er ordentlich ein Rindgefühl. Na und, bringt er die Wack? Nix. Oh, doch, da bringt er ihn doch voran. Haha. Es geht doch. Ja. Die Laterne brauchen wir, ne? Ja komm, sitz auf die Maske. Okay. Befreitagung. Ja. Hallo meine Freundin. Sehr gut. So. Dafür dürft ihr auch was schnabulieren. Jetzt schauen wir uns nochmal um. Ich dachte mal nur Troppen. Wie. Kleinigkeiten für uns. Und nochmal. Alter, du kannst ihn mit den Kristallen zuwerfen ohne Ende. So. Wie viele Grotten fehlen uns noch bis zum nächsten Level? Ein. Okay. Okay. Weil dann haben wir drei gelbe Punkte. Karma Punkte. Okay. So. Erstmal wieder raus. Raus aus dem Haus. Äh. Äh. Uh. Moment. 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 Da brauchen wir uns eigentlich nur umgucken. So. So. Dann auch hier. Ja. Nach da. Nach da. Und dann. Äh. Hoch. Ja. Schlecht Wetter. Sieht man nicht so. Romba Samba. Ja. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier richtig laufen. Guck mal. Jetzt kommen wir hier hinten raus. Hihihi. 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 Jaaa. Okay. Wir kommen. Moment. Äh. Over there. Äh. Geht hier irgendwo eine Laterne? Da hinten. Ich weiß nicht. Ist das hier richtig? Ja. Hehehe. Hehehe. Meine Fackelträger. So. Was hat es uns jetzt gebracht? Kamerpunkte, ne? Mehr nicht. Ich dachte, wie würde ich da noch. Da noch ein Rot zurückkommen. Aber nein. Hm. Hm. Man muss ja immer nach oben gucken, ne? Jetzt müssen wir immer wieder zurück zu den Jungs. Aber es wird hier so düster Können wir mal umschauen Können wir nichts machen Das ist eine Sackgasse Kann das sein Das ist eine Sackgasse Die kommen gar nicht weiter Na toll Noch mal gucken Oder geht die da oben aufnehmen Warte mal Da ist nichts Schade Also hier muss noch irgendein Geist sein Den wir da befremd Da hinten ist doch wieder so ein Ding Guck mal da hinter Aber die kommen nicht rüber Hier sind wir auch ganz falsch Aber wir müssen hier irgendwie durch Hat der Tera schon wieder irgendwas bei See Ich würde sagen ja Weil sonst Bäume hängt ja auch wieder was Mal gucken wo der nächste ist Ist bestimmt wieder von Baum zu Baum los Äh Okay So Irgendwo muss der Anfang sein Hier unten da ist Da ist der Anfang Ach Das hat er Aufgemacht Okay Und Jetzt schnell Geht doch noch mal auf Zeit hier Das ist doch Na Na Okay So Jetzt müssen wir irgendwie Oh Gott Oh Gott Heiter Von der Zeit Okay Ja Ja Wie durch Okay Sehr 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 Komm bevor das hier abgelaufen ist Puh Weil irgendwann hört das mal auf Das hätten wir alles von vorne machen müssen Ne Glaube ich war das Ich habe Taro'n Land gefunden Er muss es verloren haben Er hat sich für die Kinder Er hat sich für die Kinder Ah Okay Bring die Relics zu dem fallen tree Es ist Zeit Taro zu finden Peace Ja Können wir machen Haben wir noch Bumm Fug ist er wieder weg Kommen wir da oben Ist hier noch was Hier haben wir Durchgeschossen Wir sind von hier gekommen Aber jetzt ist ja noch Irgendwas versteckt gewesen Okay Da waren wir schon Da ist die Kiste Unten offen Na hier Ein Tannenzapfen Rot Ja Tannenzapfen Sag ich doch Uns fehlt nur eine Rott Und dann hätten wir es doch geschafft So jetzt müssen wir wieder zum Zu 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 Die Jungs Ne Oder Ist das da bei den Jungs Die sind da unten Okay Beim Schnellreisefilm Am Schnellreise Ist klar So So Drum 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 Ihr habt vielleicht schon Mitgekriegt Dass manche folgenden 20 Minuten 30 Minuten gehen Also Unterschiede Aber das habe ich ja schon So oft gesagt Man verliert die Zeit Hier im Spiel Ganz schnell aus den Augen Und ich bin ja nicht gerade Der ja immer so Auf die Uhr guckt Okay Aber hier ist nichts weiter Ne Ne Braucht nur einen Schnellreisepunkt Müssen wir echt wieder hier zurück Jo komm Spute dich Aber lass mal kurz Karte gucken Wir gehen ja jetzt wieder zurück Gut hier sieht nicht aus Wie nach Meditationsplatz Ne oder Weil die bräuchten wir ja auch noch Dringendst Wobei wir jetzt noch ganz gut Klarkommen mit unserem Leben Und mit den Fähigkeiten Wie jetzt Kommen wir nicht mehr zurück Oder was Ne Geht nur in einer Richtung Na das ist ja Hier noch Also müssen wir doch laufen Hey Komm Halt dich fest Ja Ja Ha 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 So weiter Weiter Ho 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 Sind wir an irgendeinem vorbeigelaufen An irgendeinem Ausgang Kann mich jetzt gar nicht dran erinnern Und hier in Ausnahme Das hatten wir schon alles erledigt Gibt das hier auch einen Schnellreisepunkt auf dem Auf der Ecke Ne Ja toll Wir gehen jetzt hier runter Und dann gehen wir in den Kreis Und dann ist Sense Ende im Gelände Oder können wir hier auch einfach runter Ja Terra Alles klar Geht doch Gut Wir haben uns irritieren lassen Weil da die Kiste offen war Deswegen hatte ich gedacht Oh nö Da brauchen wir nicht lang Da waren wir schon Jetzt gehen wir wieder hier so lang Und schauen noch mal Ob noch Irgendwo noch ein Rott Oder Meditationsplatz finden Wobei laut Karte würde ich hier Nichts vermuten Gleich beim Baum hier Aber das wäre der Baum Wo hochgeklettert sind Ja Hier fühlen ist noch eine Eule Bringt ja auch bloß Karma Punkte Würde ich sagen Und die haben wir auch noch nicht gefunden Hm Oder wir sind geschickt vorbeigelaufen Gelauchen Terra Alles klar Alles klar Warum haben wir die letzte Mal nicht gesehen? Frage ich mich So Komm doch da hinstellen Oder? Zu weit? Na gut Machen wir Zwischenstopp Und 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 Karma und hier die Kristalle Okay Aber ich hatte das Gefühl Dass er da auch schon mal geguckt hat Letztes Mal Jetzt wurde es angezeigt Oh hier war auch noch was Gott So Das Ding hatten wir auch schon erledigt Da war ja bloß Ja Da oben waren wir auch schon Ja 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 Oh Ne Warum nicht? Aber hier kommen wir doch hoch Da brauchen wir den Stein Den Stein hatten wir auch hier gesehen Außerdem ist hier noch was zu kaputt machen Na Dann komm Erst her Hier Komm mal her Komm mal her Komm mal her Komm mal her Ich denke mir Ich werde Gut Ich kann auch sein Ich mich Selbst gerade täusche Weil wir ja schon Weil ich wie gesagt Bei Twitch ja auch schon Gespielt habe Hm Okay Sollte ich vielleicht sein lassen Bei Twitch spielen Okay Okay Seid befreit meine Freunde Ich brauche auch hier für den Stein Der muss denn da hinten hin So Da hin Das macht dir fein Das macht dir fein Das macht dir fein Ja 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 So Mach mal Platz hier Hier ist der letzte Rott drin Den wir brauchen Zum Level up Okay Also Jetzt können wir auch die Treppen runter gehen Können gleich hier oben stehen bleiben Gotti Komm her Du musst dir ja freimachen Damit der hier Hoch kommt Da durch kommt Ah das brauche ich euch ja gar nicht sagen Ihr alt eingesessenen Hier Mach mal Stups mal auf Gott Ist hier noch was Ach da müssen wir auch noch rüber Oh Ob das reicht Guck mal hier Gut Gut das hätten wir dann auch schon mal erledigt Dann brauchen wir ihn nochmal rüber eiern So Jetzt holen wir uns den letzten Und kriegen den Level up Hey Mein Freund Willst du bei uns bei sein Ja Dann komm Du 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 Zack Jetzt haben wir drei Aktionen Ja Schön Aber so Haben wir jetzt nichts weiter Das haben wir schon alles fertig Das untere kriegen wir erst noch So Irgendwo mal ein 6,5 Halte hier Das kostet 300 Oh Okay Wir sparen uns das Geld Genau Ist da jetzt offen Um nur runter zu kommen oder was Ich weiß nicht Ja Und Ist hier unten noch was Nee Dann würde man das sehen Aber guck mal hier ist noch Äh Ist da nicht der Anfang Wo ich mal war Kann das sein Das will ich jetzt nicht Oh 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 Na toll Na toll Irgendwo muss ich flach Auf den Hof springen Äh Ach Da oben ist ne Geisterkiste Alles klar Ach Okay Äh Ich stehe da zu Was leuchten Würde ich mal sagen Ne Oh Oh Das war Das war Das war Einsatz mit X Das war mal Nix So Da kommen wir nicht hoch Das ist mir zum Rutschen Okay Also erstmal hier Höh Das war gut Das war gut Das war gut So jetzt stehen wir hier Aber das machen wir in der nächsten Folge Genau Das machen wir in der nächsten Folge Diese gruseligen Kiste auf Ich hoffe geht nicht auf Zeit Wobei Aber weiß ich nicht Also sag ich mal Danke fürs Einschalten Fürs Zuschauen Und wenn es euch gefallen hat Und ihr meinen Kanal unterstützen wollt Mit einem kleinen Like Oder mit einem Abo Dann könnt ihr es gerne tun Kostet nichts Nur ein Klick Bis dann Euer Terra Tschau